Also ich habe mich während der ganzen Zeit richtig gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich wohl in der Gruppe gefühlt. Ich konnte Tanja oder Denise immer meine Fragen stellen, auch außerhalb des Unterrichts. Ich habe einfach viel mehr Facetten und Effekte in meinen Gesang bekommen. Ich bin sicherer geworden. Viele Fragen haben sich geklärt. Diese gute Mischung aus Theorie und das direkt in die Praxis umzusetzen, das hat mir sehr viele Aha-Momente beschert. Und ja, einfach mal raus aus der Komfortzone. Nicht immer die Lieder singen, mit denen ich mich sicher fühle, sondern auch mal wirklich an so große Kracher sich ranwagen, um dann eben auch zu wachsen. Das hat mir persönlich richtig viel gebracht. Wir haben Warm-Ups bekommen, Übungen für zu Hause, die wir eben vor dem Unterricht, aber auch eben jetzt noch anwenden können. Das ist auch richtig gut. Ich kann die Ausbildung wirklich jedem empfehlen. Wartet nicht zu lange, macht es. Ihr werdet so viel Sicherheit bekommen. Ihr werdet verstehen, was in eurem Körper, was mit eurer Stimme gerade eigentlich passiert. Wie ihr da hinkommt, wo ihr hinkommen wollt. Was gesund ist, was nicht gesund ist. Ihr werdet neue Techniken, neue Effekte dazu gewinnen. Und das wird euren Gesang wirklich total auf ein neues Level bringen. Bei mir war es jedenfalls so. Und ja, deswegen möchte ich euch die Ausbildung wirklich ans Herz legen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.